Ein wunderschönen guten Abend. Ja, ihr Lieben, ich möchte mich als allererstes bei euch ganz, ganz herzlich bedanken. Ihr habt es mir ermöglicht, dass ich sogar vor dem Jahreswechsel die 1000 Abonnenten geschafft habe. Mittlerweile sind das sogar schon ein paar mehr. Ich freue mich wirklich mega, mega mäßig. Also ganz, ganz herzlichen Dank, ihr lieben, lieben Verfolger. Ja, so nenne ich euch immer. Und dazu möchte ich eine Verlosung machen. Die wird allerdings erst im Dezember stattfinden können, weil ich es zeitlich wirklich beim besten Willen nicht vorher schaffe. Es stehen noch ein paar andere Sachen an, die Vorrang haben. So leid, wie mir das tut. Aber ich habe mir dazu eben etwas überlegt. Ich würde ganz gerne ein Live oder besser gesagt, mein erstes Live eben halt machen und das sogar vor der Kamera. Ja, ich glaube, es wird mal wieder Zeit. Ich habe mich schon so lange nicht mehr blicken lassen. Und jetzt meine Frage an euch. Ich hatte mir den 13. Dezember dafür ausgesucht. Das ist ein Mittwoch. Ich denke mal, die Abendstunde wird dann wahrscheinlich eher dafür geeignet sein. An den Wochenenden im Dezember sind meistens irgendwelche Weihnachtsfeiern oder Weihnachtsmärkte. Man ist mit den Familien am Adventssonntag eben halt zusammen. Von der dachte ich mir, ist es dann doch besser, das innerhalb der Woche zu machen. Zumal der 13. Dezember für mich eben halt auch eine Bewandtnis hat, aber dazu dann im Live. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wollt ihr, also ich will da dann eben halt die Verlosung machen. Es werden wieder drei Gewinne sein. Einmal für die Jungjournaler oder Albenbastler. Das kommt dann auf den Gewinner drauf an. Dann für den Kartenbastler und auch ein Gewinn für die ADC-Bastler. Ihr könnt mir ja mal runterschreiben, was ihr davon haltet. Wenn, was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. So was kommt auch vor. Achso, ja, ich wollte von euch wissen, wollen wir danach dann basteln nach dem, nach der Auslosung oder wollen wir das erste Live mit Fragen und Antworten starten? Denn ich denke mal schon, dass ich danach dann öfters mal ein Live machen werde. Vielleicht auch mal so eine Shop-Vorstellung. Das weiß ich aber noch nicht hundertprozentig, weil, wie gesagt, das wurde mein erstes Live. Das ist, denke ich mal, dann noch ein bisschen was anderes. Weil da kann man nicht mal so eben einen Cut machen oder etwas wegschneiden. Denn das habe ich jetzt gerade gemerkt. Ich habe das Shop-Update schon abgedreht, habe aber noch eine wichtige Information vergessen. Und da es sehr schlecht ist, die jetzt hier irgendwo mit reinzuschneiden, nehme ich jetzt gerade diesen Teil neu auf. Ja, das geht natürlich bei einem Live nicht. Ja, was habe ich vergessen? Ganz einfach, ganz, ganz wichtig. Vom 7. Dezember bis 7. Januar ist Versandstopp. Das heißt, alles, was vom 1. Dezember bis 7. Dezember noch reingeht, wird definitiv noch versendet, je nach Zahlungseingang natürlich. Ja, also bis zum 14. Alles, was bis 7. Dezember nicht bezahlt ist, geht dann aller Wahrscheinlichkeit erst im nächsten Jahr raus. Klar, kann das natürlich passieren, dass ich vielleicht so viel Langeweile habe, was ich natürlich nicht glaube, aber es kann ja mal sein, dass ich dann vielleicht doch das ein oder andere Paket nach Zahlungseingang natürlich doch noch auf die Reise schicke. Aber Faktum ist, offiziell ist, wie gesagt, ich schreibe das hier auch nochmal in Worten rein, vom 7. Dezember bis 7. Januar ist Versandstopp. Ihr könnt trotzdem bestellen, so müsst euch aber darüber im Klaren sein, dass es sein kann, dass ihr die Ware wirklich erst im Januar bekommt. Ja, denn ich habe angekündigt und das muss ich auch machen, ich werde den Shop aufräumen, denn es gibt ja eben halt auch Shopleichen, so nenne ich sie jetzt mal, die eben halt einfach irgendwo nicht gegangen sind und ich habe nur eine 47 Quadratmeter Wohnung, für die, die es noch nicht wussten. Ja, und von daher ist das unabdingbar, ich muss da mal ein bisschen aufräumen. Und was ja auch noch hinzukommt, als ich gestartet bin, hatte ich weitaus weniger Ahnung von dem, was ich tue, wie jetzt. Das heißt, ich werde vielleicht auch die eine oder andere, das eine oder andere Produkt eben halt größentechnisch vielleicht anpassen oder so. Bei manchen Produkten wird es eben halt mit beistehen. Wenn jetzt einfach mal noch ein Stanzteil hinzugekommen ist oder so, werde ich das wahrscheinlich jetzt nicht damit draufschreiben oder so. Aber Faktum ist, es wird so ein bisschen was passieren im Shop Shop oder mit dem Shop im Allgemeinen. Ja, das wollte ich, dass ihr das unbedingt wisst und deswegen habe ich jetzt nochmal die Kamera angemacht. Also, freut euch jetzt auf die neuen Produkte. Ich hoffe, es ist wieder ein bisschen was dabei, was euer Herz höher schlagen lässt. Ich danke euch wirklich von ganzen, ganzen Herzen. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, aber warum, das könnt ihr mich dann alles im Live fragen. Ich hoffe, es gibt ein paar Fragen, die ihr an mich habt. Und dann wollte ich noch sagen, wollte ich noch was sagen. Ja, viel Spaß. Danke, ihr Lieben. Ich starte als allererstes mit einem, ich kann dieses Wort nicht aussprechen, Porträtkartenbogen. Da haben wir jetzt die Blätterelfen. Das sind auch wieder neun Stück an der Zahl auf 210 Grammatur und ich zeige sie euch jetzt hier mal so ganz kurz. Das sind wirklich neun unterschiedliche in Grüntönen gehalten. Ich hatte auch vor, ein Journaling Papier dazu rauszubringen, aber das hat zeitlich nicht mehr gepasst. Von daher müsst ihr euch da noch ein bisschen gedulden. Das wird aber kommen, denn wer sich das November-Deckblatt in meinem Shop ansieht, der wird sehen, was das nächste Thema für mich sein wird. Ja, die kleinen Kärtchen sind alle in dem Maß 8,9 mal 6,4. Das hat einfach den Hintergrund, dass ich eben halt ja mir auch gewisse Vorlagen anlege und so. Bei diesen Bögen, auch bei den ETC-Kartenbögen, die kommen nicht mehr mit diesem Kärtchen. Ich habe zwar noch welche mit Kärtchen, aber die werden dann alle so angepasst, dass hier der Titelname steht und was es eben halt auch ist. Mein Logo mit drauf ist und dann brauche ich die anderen Kärtchen hierzu nicht mehr ausdrucken. Ich denke mal, das ist vollkommen okay. Ja, dann haben wir schon mal die Blätterelfen und dann gehen wir auch schon gleich weiter ins Zauberhafte. Hier haben wir den ATC-Bogen Feenstaub. Ich hoffe, der gefällt euch auch wieder so gut wie mir. Das sind neun identische, deswegen schiebe ich den jetzt nicht hin und her, sondern zeige euch die erste Reihe. Feenstaub 1 und ihr könnt euch sicher sein, wenn immer eine Zahl dahinter steht, dann ist definitiv klar, dass in dieser Richtung, in diesem Style noch weitere Bögen folgen werden. Und dann machen wir weiter mit Strandhaus. Hier haben wir einen ATC-Bogen, also einen ATC-Mix-Bogen. Das sind neun unterschiedliche Strandhäuser und ja, schön farbenfroh. Bei dem tristen Wetter dachte ich mir, ist das vielleicht mal was ganz Tolles. Und ich bin inspiriert worden durch Melissa vom Kanal Kreativsternchen, denn die wollte meine süßen Opas im Hawaii-Look verarbeiten und dann dachte ich mir, das könnte sich doch richtig gut damit machen. Jo. Und dann bleiben wir auch schon gleich beim warmen Wetter. Hier haben wir ATC-Bogen Sommerstrand. Ah, ich sehe, hier habe ich einen Rechtschreibfehler. Aber das ist nicht weiter tragisch. Das ist ja sowieso nur mein Vordruck, aber es fällt mir jetzt selber auf, da ich das ja hier sowieso noch anpasse. Ja, hier haben wir wieder neun identische, denn ja, durch Only Miss Luca bin ich ja in den ATC-Bereich so ein bisschen mit reingerutscht. Leider habe ich es für die Halloween-ATC-Karten nicht geschafft, aber ich denke mal, beim nächsten Thema werde ich wieder mit dabei sein. Faktum ist, wir haben hier Sommerstrand. Auch hier wird es aller Wahrscheinlichkeit weitere Bögen geben. Hier muss ich noch die 1 hinzufügen, das habe ich vergessen, aber das ist ja auch kein Problem. Ja, und hier hat die liebe Melissa auch sogar schon was gewerkelt, aber die Fotos konnte ich noch nicht online stellen, weil ich noch nicht die Zeit gefunden habe. Ja, die werden dann eben halt in den entsprechenden Produkten mit eingefügt, sodass ihr eben halt auch schon Beispielfotos bekommt oder Inspirationen. Und dann haben wir den nächsten ATC-Bogen. Keine Sorge, es kommen noch andere Sachen. Ich bin wieder voll bepackt. Hier haben wir ATC-Mixbogen Ozean bei Nacht. Das sind praktisch dann eben halt neun unterschiedliche Motive. Und da die ja doch recht klein sind und ich immer wieder gefragt werde für Kartenaufleger, denn nicht jeder macht ADCs. Sekunde, ich muss das bloß mal hier in die Hülle packen. Dann habe ich auch diesmal wieder ein Designkarton in 10x15 gemacht und das ist Ozean bei Nacht. So, jetzt muss man mal gucken, dass ich das hier so weit runter halte, dass ihr alles gut seht und oh Gott, das ist gar nicht so einfach. Das ist der erste Bogen. Bogen 2 Ich denke mal, hier kann man sich richtig gut austoben. Diese sind hier randlos gedruckt, dass wenn man dann doch noch ein bisschen was wegschneiden möchte, weil das hat ja doch ein merkwürdiges Maß. Das liegt aber an dem Papier, was ich gerade dafür verwende. Deswegen ist das noch 10x15. Irgendwann, wenn dieses Material alle ist, werde ich das dann umändern auf dem A6 Format. Das heißt, das ist dann 10,5x14,8, aber das wird noch eine Weile dauern. So, dann haben wir dieses Motiv und dieses Motiv. Somit haben jetzt die ADC-Bastler und auch die Kartenbastler die Motive. So, und jetzt kommen wir zu dem ersten Junk-Journaling-Papier. Das ist diesmal ein bisschen anders. Man sieht es schon, die Farben sind frischer irgendwo. Das liegt daran, dass es auf weiß gedruckt ist. Keine Sorge, die, die diese Motive gerne in Creme haben wollen, können sie natürlich auch in Creme bestellen. Ja, aber ich wollte denen, die eben halt mal ein Journaling machen wollen, was jetzt nicht in die Vintage-Richtung geht, das eben halt auch endlich anbieten können. Und das ist mir jetzt geglückt. Ich war zwar der Meinung, dieses Papier schon mal ausprobiert zu haben, aber ich denke mal, das liegt an dem neuen Drucker eben halt. Ja, er ist eben halt frisch. Mein alter Drucker ist schon drei Jahre alt. Manchmal nutzen sich die Dinge eben halt auch ab. Und hier ist der Farbauftrag so, dass es sich eben definitiv nicht schwellt. So, das ist Motiv 1. Und hier haben wir die Nummer 2. Dieses Blatt kann man sowohl so rum nehmen, wie auch eben halt so rum. Da ist der Fantasie, denke ich mal, dann keiner Grenze gesetzt. Hier haben wir wieder zwei Motive. Man sieht es kaum, ja. Aber es sind zwei unterschiedliche Motive. Sodass man, wenn man das dann wieder faltet, eben halt, ja. Hier haben wir wieder ein Motiv, was eben halt auch in die Mitte einer Signatur wunderbar reinpasst. Und auch dieses Motiv könnte man so hochkant nehmen. Aber ebenso gut, als wenn das hier von oben so runterrankeln würde, auch andersrum nehmen. Ja, hier haben wir etwas schön Zartes. Ja, ich finde das einfach nur traumhaft schön. Und auch hier haben wir die Möglichkeit wieder, das sowohl so rumzunehmen, wie eben halt auch so rum. Je nachdem, wie man es gerne hätte. Ja, und jetzt möchte ich euch zeigen, was der Unterschied eben halt ist, wenn man es auf Creme oder auf Weiß druckt. Ja. Ich mache das immer wieder mal in regelmäßigen Abständen, dadurch, dass ich ja so tolle neue Verfolger bekommen habe. Damit ihr eben halt seht, was das für eine Auswirkung hat, ja. Das ist hier schneeweißes Papier. Also das ist wirklich hochweißes Papier. Und das ist cremefarbenes Papier. Und man sieht eben halt dann im Druck definitiv den Unterschied. Alles das, was hier weiß ist, ist hier dann eben halt auch cremefarben. Auch wenn da weit aus weniger Tinte aufgebracht wird. Aber das ist ja letztendlich auch logisch. Ich wollte nur, dass ihr eben halt seht, wie sich die Farben an sich eben halt auch verändern. Ja. Hier geht das wirklich alles in das Vintage-Grün rein. Und hier ist es eben halt, ja, ein frisches Grün eben halt. Also für jeden Geschmack, denke ich mal, beides dabei oder beides möglich. So, und hier möchte ich einen weiteren Wunsch erfüllen, der an mich herangetragen worden ist. Die Pin-Up-Girls sind ja doch ganz gut angekommen bei euch. Und ich hatte es eigentlich als Karten, also ich werde es auch so lassen, als Album-Karten-LTC-Größe. Denn sie würden theoretisch, wenn ich dann mal eine finden würde. Ach, hier haben wir einen Aufleger. Sie passen hochkant auf jeden Fall auf eine LTC-Karte. Im Querformat nicht. Aber im Hochkant-Format auf jeden Fall. Klar, dieses Motiv eben nicht. Es sei denn, man würde etwas wegschneiden. Das ist eben halt so ein universelles Set, was man eben halt für alle drei Bereiche einsetzen kann. Und ja, die Masern nimmt mal bitte aus dem Internet raus. Denn ich habe mir diesmal nicht meine A5-Bögen gemacht. Weil die Zeit einfach zu knapp gemessen ist. Und ich wollte, dass dieses Video heute auf den Sonntag wirklich noch online kommt. Denn ich weiß, dass einige schon am Handy sitzen und warten, wann es dann endlich soweit ist. Und ich mich melde. Ja, ich muss hierzu sagen, es ist wirklich verdammt schwer, Ganzkörper-Pinups zu finden. Komischerweise, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe noch ganz viele, die so im Halbbereich sind oder nur mit dem Oberkörper und so. Aber ja, im Ganzkörper-Format ist es derzeit recht schwierig, vernünftiges Material zu finden. Denn nicht jedes Material, was ich sehe, ist auch gut geeignet und lässt sich gut bearbeiten. Aber das ist jetzt hier ein 17-teiliges Standsteil-Set. Und ja, in jeder Farbvariante ist hier was dabei. Ich hoffe, ihr findet die auch so cool. Ja, und dann wurde sich ja zu den Pin-Up Boys X-Mess auch noch eins für die Holdenweiblichkeit oder mit der Holdenweiblichkeit gewünscht. Und das ist dieses Set, was jetzt daraus entstanden ist. Ich habe hier, um damit ihr doch ein bisschen Material eben Zeit habt, das sind jetzt nämlich 18 Stück. Mehr hat auf die Matte dann nicht raufgepasst. Habe ich ein paar eben halt gespiegelt. Ja, und ich denke mal, das ist ein ganz tolles Set geworden. Auch hier ist das Problem eben halt wirklich ganz Körperpin-Ups zu finden, ist wirklich, ja, schwierig. Aber ja, und hier ist noch ein kleiner, heißer Bonus mit bei. Steht auch in der Beschreibung unten rechts bei der Anzahl der Dye-Cuts mit dabei. Ich komme hier nochmal ein bisschen näher, damit ihr sie ein bisschen besser betrachten könnt. Ich hoffe, ich kriege das auch so ruhig und ordentlich hin. Und jetzt kommen wir wieder in die Weihnachtszeit. Hier habe ich wieder euch einen ETC-Kartenbogen mitgebracht. Das ist ein Mix-Bogen. Auch hier wird der Schriftzug nochmal verändert. Das sind dann meine Rohlinge oder mein, ach, das verwende ich dann. Oder es ist bei euch als Goodie mit drin. Hier hat man wirklich richtig gut die Möglichkeit. Das werde ich wahrscheinlich bei den Vintage-Rosenrahmen, also bei den ersten beiden Vintage-Sets, die ich rausgebracht habe, noch ändern. Auch diese werde ich auf weiß dann in Zukunft anbieten, auf diesem 210er-Kartstock und werde sie aber hinterlegen mit so einem Rahmen, wie es auch hier der Fall ist. Denn hiermit hat man jetzt wirklich die Möglichkeit, es sowohl als komplette ETC-Karte zu nehmen oder aber das Ganze hier als einen Aufleger sich zuzuschneiden. Ja, denn man hat ja hier, wenn ich das jetzt hier so groß gemacht hätte, wie eine ETC-Karte ist, sprich auf 8,9 mal 6,4, dann würde man sich von diesem Motiv so viel wegschneiden. Ich wollte jetzt aber nicht mit zwei unterschiedlichen Maßen anfangen und deswegen habe ich das eigentliche Motiv nochmal hinterlegt. Ja, somit habt ihr die freie Wahl. So eine Motive, wo eben halt, ja, die Gefahr besteht, dass man sich etwas wegschneidet, wenn man es als Aufleger verwenden möchte. Ich denke mal, das ist eine gute Lösung. Und jetzt zeige ich euch die Weihnachts-Vintage-Rahmen. Und somit schneidet ihr euch nichts vom Motiv weg. Ja, könnt ihr mir ja mal sagen, was ihr von dieser Idee so haltet. Ja, und hier dazu muss ich euch was sagen. Ich hatte mal bei Only Miss Luca reingeguckt gehabt und da hatte sie ein süßes Yeti-Stempelset sich gekauft gehabt. Und da hatte ich ihr auch drunter geschrieben, oh Mann, da hast du mich ja auf eine Idee gebracht, du hast mich inspiriert. Also ich, voller Tatendrang, mich auf die Suche begeben und wollte unbedingt Yetis finden. Das war jetzt die Ausbeute. Mehr war einfach noch nicht zu finden gewesen. Aber die sind so knuffig. Das sind jetzt 14 Stück an der Zahl. Also man kann auf jeden Fall ein ETC-Karten-Set damit gestalten. Guckt euch doch mal diesen kleinen Scheißerchen an. So, jetzt muss ich mal gucken, dass meine Kamera auch wirklich scharf stellt, weil ich bin damit noch nicht so bewandert. So, das müsste scharf sein, oder? Mal gucken, ob ich noch näher komme. Ich muss das jetzt hier mal austesten. So ist er scharf. Wie satt. Sowas von knuffig. So wie ich noch weiteres Material finde, wird es auf jeden Fall noch ein weiteres Set Yeti geben. Solange es jedenfalls kalt ist. Weil die sind einfach nur goldig. Die sind einfach nur zuckersüß. So. Und dann bleiben wir doch auch gleich beim Winter. Das sind jetzt die Winterwichtel. Das sind 12 Stück an der Zahl in Grau-Rot gehalten. Oder so Blau-Grau. Und ja, sie haben eine schöne Größe. Sekunde, ich muss mal kurz was trinken. So, da bin ich wieder. Das Problem ist, ich trinke hier an meinem direkten Arbeitsplatz nichts. Hier stehen keinerlei Flüssigkeiten. Denn ich habe mir mit so einer Aktion schon einmal ein komplett fertig gestaltet Hochzeitsalbum. ruiniert, wirklich richtig ruiniert, sodass nichts mehr ging. Das konnte ich einfach nur noch so, wie es war, in die Tonne kloppen. Bei Kaffee, ja. Die Junk-Junler wissen, wovon ich spreche. Weil was in Kaffee gebadet ist, ist in Kaffee gebadet. Und, naja, Faktum ist, ich habe das neue Thema für den ADC-Kartentausch bei OnimisLuga aufgegriffen und habe mal wieder nach langer, langer Zeit, muss ich dazu sagen, mal wieder ein Wichtel-Set gemacht. Das gab es ja jetzt schon wirklich eine ganze Weile nicht mehr. Und die fand ich aber so knuffig, dass die eben halt jetzt mit in den Shop hineinwandern mussten. Ja, wie gesagt, auch diese sind wieder auf 300er Grammatur. Sie wird es nur in Weiß geben. Und, ja, ich denke mal, sie sind so drollig, dass man sich in sie verlieben kann. So. Ja, und wenn wir dann draußen waren, mit den Wichteln gespielt haben, dann brauchen wir drinnen eine schöne, heiße Schokolade. Und das ist hier das Set Winterschokolade Blau. Da eine Farbbezeichnung dahinter ist, könnt ihr davon ausgehen, das wird es noch in anderen Farbvarianten geben. Ich weiß noch nicht, ob ich die erst zum zweiten, also Mitte November, zum nächsten Shop-Update mit reinbringe. Oder aber schon vorher. Mal gucken. Das steht noch nicht ganz fest. Auf jeden Fall habe ich noch da was in petto. Und, ja, könnt ihr mir ja mal sagen, was ihr davon haltet, findet ihr die gut, könnt ihr damit was anfangen. Das ist ja immer so die Herausforderung für mich, herauszufinden, was bei euch ankommt und was eben halt nicht. Die sind jetzt hier wirklich alle so in braun-brau gehalten. Ich weiß gar nicht, habe ich die auf weiß gedruckt? Ja. Die wird es aber dann auch in Creme geben. Nicht jeder mag den weißen Rand, obwohl ich finde, der fällt hier so gut wie fast gar nicht auf. Aber das kommt ja darauf an, wo man die dann drauf platziert. Und deswegen biete ich die dann in beiden Farbvarianten an. Ja, das sind jetzt insgesamt 22 Becherchen mit schöner, heißer Schokolade. Da hätte ich jetzt richtig, richtig Appetit drauf, kann ich euch mal sagen. So, dann bleiben wir doch mal gleich bei der Winterzeit. Denn hier haben wir die Kristallelfen 2. Ja, dementsprechend wird es auch noch ein Einzelset geben. Aber erstmal zeige ich euch dieses hier. Das hat die Maße für ATC-Karten. Klar, die Alben- und Kartenbastler können auch diese nehmen. Aber da das auch wieder neun Stück sind, ist das eben halt immer so ein bisschen so der Richtwert, dass ich mir da eben halt für die ATC-Kartenbastler in erster Linie Gedanken zugemacht habe. Verwendet kann es natürlich für alles werden. Also auch für Verpackung oder so. Das soll eben halt einfach nur so ein kleiner Richtwert sein. Denn ich habe ja am Anfang ein bisschen Zeit gebraucht, mich auf das ATC-Kartenmaß so ein bisschen einzufuchsen. Weil ich ja bis vor ein paar Monaten mit ATC-Karten nicht wirklich was am Hut hatte. Das habe ich ja der lieben Only Miss Yuka zu verdanken, dass die mich da so angesteckt hat mit. Faktum ist, dieses neuner Set ist auch wieder auf 300er Cardstock. In weiß allerdings nur. Also was heißt nur? Ich habe entschlossen oder beschlossen, dass es das auf weiß gibt, weil es eben halt am besten aussieht. Jo, dazu gibt es eigentlich nicht mehr allzu viel zu sagen. Außer, dass ich nochmal kurz ein bisschen näher komme und sie euch kurz zeige. So. Und die Größe ist so, ja, 4,7. Ich gebe ja immer nur die Höhe an, weil die Breite ergibt sich natürlich aus der Höhe. Und ja. So. Und dann kommen wir zu dem Eiskristall 11. Ähm, eins. Das ist jetzt ein Set, was in erster Linie für die Alben- und Kartengestalter gedacht ist, weil, klar, die ein oder andere kann man auch auf eine ATC-Karte setzen, ohne Frage. Aber in erster Linie ist es für, ja, beispielsweise auch Slimline-Gestalter da, oder aber eben halt für die Junk-Journaler. Ähm, denn da wird das, da kommt gleich noch was. Aber ja, eins nach dem anderen. Das sind jetzt 25 Teile. Allerdings sind alleine 10 Eiskristalle hier drin. Ja. Nur damit ihr das wisst. Und, ähm, hier sind auch noch ein paar Sternchen mit bei. Ja. Und dann zauberhafte Elfen. Alle so ein bisschen in blau gehalten. Ja, irgendwie habe ich heute meine Blauphase. Obwohl, eigentlich sollte ja grün auch noch mit bei sein. Aber ja, manchmal kommt das anders, als man denkt. Und es sind trotz alledem wieder insgesamt 19 Produkte geworden. Ja, ich sagte ja eben gerade, dass ich irgendwie meine Blauphase habe. Faktum ist, es wurde sich, ähm, die Schneeäule Elena im Wintergarten Teil 2 gewünscht. Und dem bin ich jetzt nachgekommen. Und auch dieses ist ein Set, was eher für die Alben- und Kartengestalter gedacht ist. Es sind, ähm, 20 Teile. Wobei 10 Teile hier schon diese kleinen Sternchen beinhaltet. Na, mal gucken. Ja, durch die Halterung sehe ich immer nur die Hälfte vom Bildschirm. Aber hier seht ihr das. So. Ich habe die jetzt nicht alle rausgenommen, weil, ja. Reicht ja, wenn ich euch diesen einen zeige. Jo. Wir haben hier wieder komplett andere Motive. Aber angelehnt an dem ersten Teil von Elena der Schneeäule. Und ich hoffe, es gefällt euch. Also, guckt euch doch mal diese beiden knuffigen Eulen an. Also, einmal sie. Und einmal sie. Na? Autofokus. Also, wirklich traumhaft schöne Grafiken. Also, ich feier es. Ja, und da es ja jetzt mit dem weißen Druck klappt, habe ich mich dann natürlich gleich rangesetzt und wollte euch jetzt frostige Winterzeit Teil 1 schon mal in weiß zeigen. Denn, das habe ich ja auch in einigen Videos gesagt, die ganzen Druckerzeugnisse, also die Sachen, die nicht geschnitten werden, die mache ich immer erst eigentlich dann fertig, wenn ein Auftrag dazu reinkommt. Also, sprich, eine Bestellung. Denn ich habe einfach noch nicht die Lagerkapazitäten hier, um mir da einen entsprechenden Vorrat anzulegen. Aber ja, hoffentlich ändert sich das irgendwann dann auch. Aber mir war es wirklich ein Herzensbedürfnis, euch dieses wunderschöne Papier auch noch mal in weiß zu zeigen. Denn ich finde das wirklich, es ist einfach nur schön. In Creme hat das mir persönlich selber auch nicht gefallen. Denn, wie man ja, also wie ich das ja vorhin an dem Blattwerk gezeigt habe, was weiß ist, ist dann eben halt Creme. Und dann kommt das hier überhaupt gar nicht richtig zur Geltung. Weil, ja, weiß kann man nun mal leider nicht drucken. Jedenfalls ich nicht mit meinem Drucker. Es gibt auch Drucker, die weiß drucken können, aber die kosten eben halt auch einiges. Und ich hätte auch gar keinen Platz, solch einen zu stellen. Das ist einfach traumhaft schön. Und dann dachte ich mir, okay, wenn du schon mal dabei bist, dann legst du noch mal ein Zahn zu. Und dann habe ich, Sekunde, ich muss mal, oder, das hier rüber. Ich habe es auch auf A5 gemacht. Das ist jetzt wirklich erst mal nur auf 120 Gramm. Denn, ihr lieben Leute, wenn ihr Wünsche habt, macht das bitte so detailliert wie möglich. Das bringt mir nichts, wenn ihr mir schreibt, das Junk-Journal-Papier, ja, gerne als A5, als Kartenaufleger. Damit ist für mich nicht klar, wollt ihr das dann in 120er Grammatur oder wollt ihr das gerne in einer anderen Grammatur. Das wäre echt hilfreich für mich, wenn ihr mir so eine Information mit dazu schreiben würdet. Ja, also wirklich immer dazu schreiben, oder wollt ihr es gleich als Kartenaufleger in dem Cardstock 210. Ja, das wäre wirklich ganz, ganz, ganz doll lieb von euch, wenn ihr da doch ein bisschen detaillierter werdet. Weil, ihr seht ja selber, ich bin wirklich bestrebt und bemüht, eure Wünsche so zügig wie möglich umzusetzen. Aber ja, das ist, denke ich mal, auch für ein A6-Journal ein richtig schönes Papier. Klar, es ist auf der Rückseite weiß, aber ein richtiger Junk-Journaler, der weiß das ganz schnell zu ändern. So, und da wir ja dann doch ein bisschen frostige Sachen hatten, die auch im LTC-Kartenbereich waren, sowohl Stanzteile, also die Stanzteile, habe ich gedacht, mache ich hier noch einen LTC-Bogen als Krastalle 1. Das sind wieder neun identische Bögen. Und so kommen sie dann eben halt auch zu euch. Sprich, hier ist der Name, hier ist mein Logo und dann in dem Tütchen. Und ich denke mal, das ist vollkommen okay so. Das ist auch wieder auf weiß und der wird auch nur in weiß angeboten, wobei die LTC-Kartenbögen ich alle nur noch in weiß anbieten werde. Denn so langsam kriege ich mit den ganzen vielen unterschiedlichen Formaten echt ein Platzproblem. Ja, und dann gab es ja auch noch diesen Wunsch, dass es die Winterzaubergläser blau, also die Winterzaubergläser in groß auch nochmal in blau gibt. Und es ist mir leider nicht gelungen, auch hier noch ein neuntes zu finden, wobei bei dem anderen Set auch kein neuntes bei ist. Von dem blauen jedenfalls. Da ist ja einmal das Winterzaubergläser, na, Gold für Alben- und Kartengröße. Und dann haben wir jetzt das Winterzaubergläs blau in Albenkartengröße. Und dann gibt es ja noch ein kleineres Set, wo beide Winterzaubergläser in einem Set drin sind für die Karten- und ETC-Bastler. Das ist jetzt für die Alben- und Kartenbastler gedacht. Ja, und da mir acht Stück eben dann doch ein bisschen wenig war, habe ich den Platz noch genutzt und habe überall zu jedem Glas ein X-Messchen zugefügt. Ja, und was soll ich euch sagen, ihr Lieben? Wir sind durch. Wir sind durch. Das waren jetzt wieder 19 Produkte. Und ja, ich bin mega, mega begeistert, wie letztendlich ihr das alles so annehmt. Und bin auch unendlich, ja, demütig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber mir bleibt eigentlich nichts anderes noch zu sagen, als ganz, ganz, ganz Danke. Ja, also ein riesengroßes Dankeschön an alle. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir was in die Kommentare zum 13. Dezember wegen eines Lives reinschreiben würdet. Wollt ihr mit mir basteln? Oder wollen wir das erste Live mit einem Gläschen Sekt und ein paar Frage-Antworten und Verlosung einläuten? Denn das wurde, wie gesagt, für mich das erste Live. Und ja, ich bin schon ein bisschen aufgeregt, obwohl es ja doch noch ein bisschen hin ist. Aber nichtsdestotrotz würde mich das sehr, sehr interessieren, was ihr da eher bevorzugen würdet. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen schönen rastlichen Sonntag und drücke euch ganz doll. Euer Kreativfelter.